Hallo und herzlich willkommen zurück bei meiner Schreie von BiottoSouls Wir sind letztens hier auf der Flucht vor der Polizei stehen geblieben und sind in den Berg auf geklettert, haben einen Hund einen Kick gegeben der ist jetzt tot und sein Hund war Valdi, das war Valdi Ok ich muss jetzt wieder, Iden time, it's Iden time again Hallo Sir, how are you doing? So, wir müssen fliehen, warum die uns kennen wissen wir immer noch nicht Warum die uns nicht mögen, we don't know But, ah ja hier, hallo hübscher Mann, hallo Auf jeden Fall, das Spiel ist awesome, das Spiel ist awesome, ich bin immer noch dabei Es ist jetzt wieder am Abend, gleich gibt's Pizza, davor gibt's BiottoSouls Perfekter Abend, perfekter Abend, also bei mir gibt's Pizza Bei euch vielleicht auch oder trinken wir Arme Kakao Eins von den Beinen, ok wir übernehmen den Polizisten und gehen da jetzt rein Ich bin froh, dass es wirklich gut ankommt, also ich werde jetzt so machen Jeden zweiten Tag vielleicht ein paar, 30 Minuten Ok, so wir starten das Auto Ich glaube das ist ein Ablenkungsmanöver Klick klick Hehehehe Hehehe Der Maik, der Maik heik der Falle Ich hab den damals gemobbt in der Grundausbildung Ok, ich muss jetzt glaube ich wieder, ja genau In der Demo war es auch so, dann muss es weiter laufen X, X Scheiße Ok, wir haben es überlebt, hä? I don't know Da war grad die Fransche Ok, fahr Ok, ok Ok, ok Wo fliegen eigentlich mit dem Motor? Ich hoffe nicht Uhu Hallo Fransche Hallo Oh dammit Ok We're driving Oh no 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 Rechts, 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 ok Ok, passt dabei geht's ja noch Motorrad fahren kann sie auch Ok, oh look, geht gut Oh, Polizeihelikopter Helikopter Und jetzt muss ich auch selber steuern Ich dachte am Anfang das ist eine Cutscene Aber die muss ich selber lenken Ich bin leicht überfordert Das ist zu viel für meine Skills Uuuuuh Dammit Call me hell angels Ok, we're good, we're good Wo gehst du hin? Ok Erfang Danke War grad franschi Ok, geht weiter Okay, sie muss mich für einen kompletten Idioten halten, aber wisst ihr was, I don't give a shit, hahaha Oh my god, wir sind blöd, wir sind back up, okay, wir sind driving Nobody catches Alan, Alan Page, Jody has, genau, oh damn it, davon ist die Polizei Okay, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot Haltet die Position Keine Chance Wir fahren direkt durch Bist du bereit, Aiden? Yes! Gib ihm! Doch! Okay, Aiden, I got this! Oh, Schild, Activation! Hold it, hold it! I'm freaking up! Oh no! Feuer einstellen! Ich sagte, Feuer einstellen! Was, Sperre Tango? Kein Durchbruch Ich wiederhole, Sperre durchbrochen Sie fährt nach Bakertown Das war eindrucksvoll, ich weiß noch, also die Demo habe ich schon gezockt, deswegen ist das für mich nichts Neues und ich schaue jetzt nicht so rein, so Was für ein, ich, weil das kenne ich ja schon Aber das hat mich damals super begeistert, diese Szene Also, dass der Aiden auch so ein Schuhschild um sie macht, ist schon sehr nice, und er beschützt sie auch Oh, das ist arme Mädchen! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, das arme Mädchen! Oh, fuck the fools! Okay! Jetzt ist... Oh! Yes! Ich bring's an um! Keine Sorge, Ma'am, I killed them all! Okay! Oh, sorry! Sorry! Ich wollte das nicht! Da! Okay, okay, wem noch? Wer noch? Wer, wer, wer hat noch gemacht? Du! I gonna kill you! Hahaha! Fuck the police! So, dich auch! Mist, ich muss übernehmen! Das macht sich gut in meiner Sammlung! Warum kann ich ihn nicht übernehmen? Warum ich will übernehmen? Übernehmen! Okay! Dann nicht! Dann nehme ich dich auch! Du kannst mir! Ich liebe dich! Ich möchte in dich hinein! Hallo, Sir! Jetzt bist du ein Zombie! Du bist ein Zombie! Kill him! Tango down! Oh, damn it! Okay, 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 okay! No, no, blem! No, blem! No, blem! Und! Keine mehr! Hehehehe! No shoot shield for you, bitch! Warte, da oben! Ne, da oben! Ne, da! Ich liebe dich! Das ist das neue! Immer wenn ich ihn übernehme, liebe ich ihn! Okay, passt! So! Der Schadenschützer muss down! Du musst Acht haben! Und du musst Acht haben! Töne den Kill him! Verlieben sich beide! Ich finde die Waffe so cool! Dieses klack, 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 klack! Okay, außerdem! Wer noch? Dich auch! Ja, endlich! Endlich, mein Hübscher! Ich liebe dich! Lass dich von mir lieben! Jetzt bist du ein Zombie! Jetzt bist du ein Zombie! Jetzt bist du ein Zombie! Now you're a Zombie! Okay, gang rein! Und! Boom! Aber jetzt würde ich es verstehen, wenn mich die alle killen wollen! Weil jetzt töte ich doch gerade alle! Okay, wer ist noch? War die Tankstelle? Oh! Oh! Okay, und jetzt? Jetzt liegt überall Benzin! Moment! Was muss ich... Kann ich da noch was machen? Jetzt liegt nämlich überall Benzin! Hallo! Ah du! Hey! 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 Liebe TÜÜÜß! Huuu!! Zombie! Zombie! So, warte mal! Kann ich gehen mit ihm? Ich will auf die Wasserlacke da! Yes! Ich will hier nicht draufgehen! Los! Ich glaube das war eh schon das Finale oder? Die Töd! Nee, nee, nee! Keine Sorge, ich mach das! Ich töte den die alle! Keine Sorge, Elle! Keine Sorge Ich kill him Eli Äh, 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 Jody Wo muss ich die ganze Show I, äh, 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 what, what, what I hate Ja, wie denn? Warte, 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 warte Lauf Wuh Okay, ich mach es Capital Lauf Okay, der Helikopter Der geht mir sowieso um, der ist schon die ganze Zeit Ich hasse ihn So. So, was auch? Kein Problem ist mehr, I don't give a shit. I don't give a shit. Okay. Okay, spreng die Autos. Wo noch, wo noch? Die Autos sind schon alle gesprengt. Die Autos sind alle gesprengt, goddammit. Helikopter. Helikopter! 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 I got this! I got this! Yeah! Yeah! Woooo! Don't fuck with Ida, bitch! Oh! 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 Sagen Sie ihnen, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen! Oh! 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 Oh immer jagen, ohne Grund halt, weil er dumm ist. Mein imaginärer Freund, Moment, ist das vielleicht so, wie sie den Aiden kennengelernt hat? Das wäre interessant, denn ich, sie sagte als kleines Kind, das kam ja plötzlich über sie, aber ich glaube, ich hoffe, dass man ein bisschen was über den Aiden erfährt, das wäre sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, die Polizei hat uns noch nicht bekommen, dafür haben wir gesorgt. Alle gekillt. What? Wo bin ich jetzt? Oh, jetzt bin ich wieder in der Vergangenheit. Jetzt bin ich wieder sie als Scanner. Okay. Fucking creepy. Okay. 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 Ich mag die Musik. Die Musik ist sehr stimmungsvoll. Ich mag die Musik extrem. Was haben wir hier? Okay, nothing to do here. Warte mal, was hat sie gesagt? Ich spielen will oder so? Was hat sie da gegeben? Ich meine, aus dem Fenster schauen ist meiner Meinung nach immer noch besser, als vor dem Fernseher zu sitzen. Ganz ehrlich. Weil, da spielt sie nur Scheiße. Lieber ein gescheites Buch lesen vom Kamin. Wie gerne würde ich das tun, wenn ich einen Kamin hätte? Ich will Kekse, Mama. Gib mal Kekse. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Aber Kekse schmecken viel besser, als das, was du kochst, Mama. Sorry, ich sag's nicht gern, aber es ist so. Sorry, Schatz. Ich muss jetzt Essen machen. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Nicht. Ich wollte nur mal knudeln. Komm her. Das habe ich nie zu meiner Mama gesagt. Ich glaube, ich habe Hunger oder... Ist das besser? Ich möchte PlayStation spielen. Das war immer mein Dialog. Okay. Ich muss jetzt weitermachen, Kleiner. Okay, komisches Kind. Wie gesagt, meine Dialoge verliefen immer ein bisschen anders. Ich habe immer gesagt, Mama. Nee. Mama, ich muss aufs Klo. Nee. Das habe ich natürlich nie gesagt. Setze ich mich da hin. Oh. Sieht gut aus. Oh, wie schön. Bei uns schneit es in Wien, schneit es nie. Also, es ist schon. Aber wenn, dann immer nur kurz, weil dann... Jeder glaubt ja in Deutschland, dass Wien immer so ultra verschneit ist. Das ist aber nicht so. Wenn es bei uns schneit, dann ist der Schnee ganz schnell dreckig und grau. Aber ist das in der Darkroom? Ist die geile... Puh, Puh, Puh. Können du Kammer. Ich kann es nicht sagen. Okay. Was gibt es noch? Jetzt kann ich rauf. Kann ich eine Ake anziehen? Nee. Mir ist nicht kalt. Ich will hin rauf. Ich will hin rauf. Muss ich da rauf? I don't know. Okay, wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Kann ich da rein? Hello? Muss ich aufs Klo? Muss ich Haare waschen? Muss ich Hände waschen? Im Spiegel betrachten und sagen, Oh la la. Oh la la. What? What the fuck? War das ein? No weh. Der war... Ich dachte, der Aiden ist cool. Der fängt ja an zu schielen und dann kommt sowas raus. Also geht dann nie schielen, weil dann passiert euch sowas. Puh. Ich hatte mit Aiden gerichtet, aber nicht mit einem Schockmoment in diesem Spiel. Okay, also spuckt hier der Aiden. Kann das sein? Jetzt okay, zeichnen wir was. Ich bin so gut im Zeichnen. Wer das Drama, I think, mit Franschi, mit Fri gesehen hat, der weiß, dass ich nicht zeichnen kann. Okay. Oder dass ich gut zeichnen kann. Okay, in den Kreis. Das kann ich gut. Im Extrink mache ich immer Weltmeister. Okay. What the fuck is das? Ist das der Aiden? Sie zeichnen jetzt immer dieselben Bilder. Das ist weird. Ah, die Puppe. Kann Kopf abreißen. La la la. Und now kiss. Kiss. Hey Feenblüte. Hallo Feenblüte. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Nein, mach ich nicht. Oh ja. Ich liebe Tee. Wieso? Pizza ist da. Okay, Pizza fertig gegessen. Jetzt geht es weiter. Es wird Puppen gespielt. Wir nehmen ein Auto. Wir nehmen das Auto. Ein tolles Auto. Okay, setz dich hin. Selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Okay. So habe ich als Kind nie mit... Also gut, ich habe ja nie mit Puppen gespielt. Hä? Oh, jetzt fährt schnell. Oh, holy moly. Das ist so wichtig zur Story. Pizza, na gut. Dann los. Hier lang. Okay. Kann ich die scheiß Puppen nicht auseinanderreißen? Oder okay, dann krieg mir jetzt Tee. Was für ein fütches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Ja. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüter? Ich bin ein bisschen... Oh, nein, danke. Ich bin ein bisschen verwirrt, was ich gerade hier mache. Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Oh, what the fuck? What the fuck? Er ist ja so fützend. Oh, crazy Puppen. Was ist das, Aiden? Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Oh, das ist... Ja, nee. Klar ist es da, Aiden. Und Aiden will er morgen spielen? Oh, da haben wir einen. Keiner mag ihn, Aiden. Oh. Ah, poor Aiden. Okay, was mache ich jetzt? Kann ich wieder runtergehen? Mama. Okay, warte mal. Hier oben kann ich noch was machen. Oder? Oder war ich hier schon? Ein Wortschuh? Oh, ohne Schlafzimmer. Oh, vielleicht will ich... Da war es... Hehehe. Oh, ich habe... Ich habe... Jumpscare. Ich habe auch einen Jumpscare. Huuu. Ah. Lippenstift. Okay. Okay. Das kann ich. Das beherrsche ich. What the fuck? Aiden, lass das. Was? Jot? Jody wahrscheinlich. Nein, Aiden. Nein, Aiden. Mama wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Was? Sie jetzt wieder so sauber bekommen? What? Was? Okay. Jetzt hat sie... Hat sie... Hat sie doch... Sie ist gar keinen Lebestift mehr oben. Jody, Schätzchen. Tust du mir einen gefallen? Okay, ja. Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Ja, klar. Kein Problem. Für was brauchst du? Öl in der Küche? What? Also. Ich nehme mal an, die braucht Benzinöl und sowas, oder? Kann ich was machen? Nee, nur im Bett sitzen. Ist langweilig. Okay. Ich hätte doch in den... Ich hätte doch in den Stripclub mitgehen sollen. Cut damn it. Okay, warte mal. Hier ist das Telefon. Ich rufe die Polizei an. Und sage, ich werde vergewaltigt. Das ist eine gute Idee. Sollte es. Hallo? Hallo? Hi. Wie geht's dir? Danke. Gut dir? Mir geht's gut. Danke. Oh, schön, dich zuhören. Das Wetter ist grauen. Es ist Schnee, das ist schön. All dieser Schnee... Wer ist denn das? Ich hoffe, das hört bald auf. Oh, ist doch cool. Kann ich nicht mehr machen. Kinder sind so anstrengend. Wenn sie nicht rausgehen können. Ja, ich hasse... Ja, okay. What the fuck? Tschüss. Aiden, Schluss damit. Okay. Der Aiden will doch nur spielen. Okay, ich muss mal... Ich glaube, ich will alles noch suchen. Wow, wer ist denn? Ist der Papa? Hallo, Papa. How are you doing? Bitte, Jordi. Ich hab zu tun. Oh. Ach, komm. Ich will mir... Ich bin ein Kind. Beschäftige dich mit mir. Ich mach die Lade auf. Kann ich hier... Kann ich hier was machen? Kann ich gar nichts machen. Kann ich gar nichts machen. Der Papa ist blöd. Der Papa ist blöd. Jody? Hast du das Öl geholt? Komma. Oh, da ist die Garage. Okay, ich hab's jetzt gesucht. Oh, da ist die Garage. Ich würde lieber die Ghostbusters holen als Schaden das Öl. I don't like this room. I don't like it. I don't wanna be here. Let me out of here. And turn the lights off. Or better turn it on. Cause I see nothing. What the fuck is das? I don't like this. Okay. Okay, raus. Oh, la, la. Okay, la. Da ist ein Tyrannosaurus Rex Eingesperrt Tyrannosaurus Rex Ich will kein Tyrannosaurus Rex Kein Tyrannosaurus Rex I don't like you Ich hole Jurassic Park Gott sei Dank Liebe die Garage Nie wieder in die Garage Gar nicht Hallo Mama Kein Problem Garage ist Horror Ich gehe da nie wieder in die Garage Was jetzt Ich möchte immer noch Kekse Es ist Schnee Mir ist kalt Willst du dein Kind Okay dein Kind wird an der Grippe sterben Schatz Schatz Nimm den Mantel Es ist wirklich kalt draußen Ach das hätte ich jetzt nicht gedacht Okay dann nimm den Mantel Es ist kalt draußen Yeah Oh die pinken boots Jedes kleine Mädchen braucht pinke boots That's all you need Wenn du swag und so Und YOLO Dann die pinken boots That's all you need All you need Okay ich bin draußen Mama Ich check mal den Jungs ab Ich gehe ja schon See you then Was Ist wirklich langweilig Also es ist ziemlich langweilig Wenn ich Wenn sie Also Da ist jetzt keiner zum Spielen Oder irgendwie Keine Ahnung Jetzt ist es langweilig Und ich friere Dir ist das egal Oder Aiden Dir ist nie kalt Warum spielt der Aiden nicht mit dir Das Er hat doch Sie hat doch Einen Freund Oder Wo sind die ganzen Kinder eigentlich Sind da keine Kinder Hallo Wo ist die Straßengang hier Kann ich da rauf Kann ich da rauf Kann ich den Mantel Ich kann nicht Oh da ist die Kinder Hey Neh mich mit Neh mich mit Ich hab Oh ich will Sie will auch spielen Oh sie will auch spielen Okay Kein Problem Ich mach das I got this I got this Du bist der Beste Ja I know I know That's my job That's my job Wetten die mögen sie nicht Ich wette die mag sie nicht Ich hoffe die sind nicht böse zu ihr Ich mag sie Sie ist irgendwie lieb Hey Jody Willst du mitspielen? Ja Lass mich spielen Komm mach schnell Versteck dich Du wirst sonst eingeseitert Oh ne 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 He 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 Oh okay 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 Take it Yes Hedgehot Biatch Du auch Komm her Ja Yeah Oh Oh Voller Witterkopf Oh Cool Okay Okay du 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 Bam Hey Ha Ha Watch out Hedgehot Bam Hey das ging daneben Ja und der trifft auch Pass auf Yes Dann geht er down Okay Okay Wuhu Bäm Hey das ging daneben Nee, ich hab' getroffen. Du kriegst einen in die Frösse! In die Frösse! Spatz, sie ist die Beste. Kein Wunder, dass sie keiner mag. Dass sie die Beste einfach ist! I'm the best! Ich schieße dich einmal her! Du bist tot, Kleiner Wicht! Was ist Kleiner Wicht? Nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Los! Los! Sie! In Ruhe! Okay. Ich hab gestoppt. Ich hätte tötet, glaub ich, oder? Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen! Wie? Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe! Eine fiese, doofe Hexe! Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Johnny Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm mit, komm mit! Ich bin keine Hexe! Ich bin keine Hexe! Geh jetzt ins Haus! Ich mochte nicht mal Chant! Wie soll ich dann Hexe sein? Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich, ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war's! Er wollte mich nur beschützen! Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, diesmal geht es richtig ärgern! Nein, nein! Geh in dein Zimmer! Jetzt! LOL! Sie scheißen sich vor Heidlern! Hahaha! Das ist cool! Sie kacken sich sogar vor ihren eigenen Kindern! Wieso zu schlafen, Schätzchen? Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir! Gute Nacht! Mami! Ich habe Angst vor dem Monster, Mami! Sie wollen mich holen! Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht! Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße! Mami! Papa! Dein Monster zwischen seinen Beinen! What? Sorry! Oh! Jetzt kann ich mit... Jetzt kann ich... Ach komm, wenn sie eh schon Angst hat, dann mache ich doch so Blödsinn! Geh weg! Ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschauen, Philipp! Sie ist ein kleines Mädchen! Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal! Und es wird schlimmer! Herrgott, nochmal Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier! Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist! Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach! Susan, damit ist jetzt Schluss! Und zwar jetzt sofort! Bevor wir beide krank sind oder tot! Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas! Nicht sowas! Nicht sowas! Wurd, wie wunderschön! Okay! Jetzt spielt wieder richtig. Okay? Damn it! Jetzt kommen die Monster, oder? Rechts, links ist kacke! Ich liege lieber auf der anderen Seite, okay! Ich liege lieber links! Nicht, lieber rechts! Ich liege lieber rechts! Ah, damn it! Das ist auch kacke! Ich steh auf, mach einen drauf, trinke ein Bier und schlaf ich besser. Sind es die Monster? Ich frieße Licht, liege mal auf! Kunstpass ist Regel Nummer 1. Die Monster können bei Licht nichts machen. Eider? Wir brauchen keine Angst zu haben, Eider. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Das ist ne gute Idee. Ich nehm aber lieber Mr.. 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 Rupert. Ich nehm den Rupert. Rupert der Hase. Na Hermann. Hermann der Hase. Ich nehm lieber den Hermann. Hermann? Hermann macht keinen Scheiß. Alles gut. Dammit. Oh dammit. Oh fuck your boy! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Hilfe doch! Hilfe doch! Johnny! Lass mich! No! Du bist eine Hilfe! Mit mir anlaufen! Anlaufen! Johnny! Ist alles okay? Du kratzt da oben! Oh Gott! Was ist passiert Schätzchen? Du hast gesagt. Monster gibt es nicht. Tut es doch Mami! Tut es doch! Okay, Leute, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch wirklich einen wunderschönen Tag. Ich mache es jetzt so, dass ich jeden Tag eine Folge rausbringen werde. Ich hoffe, es ist gefährlich. Bis jetzt, was sagt ihr? Habt ihr irgendwelche Kritik? Wenn keine, dann freut's mich. Ansonsten, Leute, ich kann nicht weiter sagen als Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei nächstes Part. Also, drei, zwei, eins. Ciao. Okay. Die genau nimmst du. Ja. Genau, jetzt steht es am Boden. Auf den Boden damit. So. Das ist am Boden. Einmal Kalkon damit. Kalkon, Kalkon. Da hinten ist Kalkon. Ja. Kalkon, Kalkon. In the bucket. Da rein. Put the Kalkon in the bucket. Yes. Okay. Okay. Wenn du hier siehst, hier ist es Run. Also, Ru, 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 Ru. Sind Schamanen, die reden von Runen. So, wir müssen, das ist, das gehört nicht so. Wenn du hier die Architektur anschauen hast, hier ist alles schön, das muss weg. Mach das, mach mal das, das U weg. Danke.